Nigredo ist die älteste Schwester aus dem von Tabulas Maragdiner erschaffenen Trio. Nach ihr kamen Albedo und Rubedo in genau dieser Reihenfolge. Sie ist ein Flächenwächter der 5. Ebene, sehr gut befreundet mit Pestonia Shortcat Wanko und ein kleines Sicherheitsrisiko für die große Gruft von Nazarick. Als untergeordnete Flächenwächterin des Eisgefängnisses der 5. Ebene ist sie direkt Kokytus unterstellt. Noronist Painkill hat Autorität über die untere Ebene des Gefängnisses, also die Folter- und Verhörebene kann man sagen. Nigredo wiederum ist der Beschützer des Gebäudes, der oberen Ebene kann man sagen. Sie passt also nur darauf auf, dass alles sicher ist. Allerdings wird sie nicht selten für andere Missionen auch benötigt. In der aktuellen Staffel, in Staffel 2 und auch in Staffel 1 kamen sie indirekt vor. Ihren offiziellen Auftritt hatte sie erst in der 4. Staffel des Anime. Doch wenn man nach dem Novel gehen würde, hätte sie schon in Staffel 1 auftreten müssen. Sie war essentiell, um Sheltier ausfindig zu machen und zu lokalisieren. Doch zu ihren Fähigkeiten kommen wir noch nachher. Um Nigredo zu verstehen, müssen wir zuerst Tabula verstehen. Ihm wurde bereits ein eigenes Video gewidmet, wo es um mehr geht als das, was jetzt kommt. Tabulas Maragdina liebte extrem breit und detailliert ausgeführte Charaktere. Albedos Beschreibung ist gigantisch. Ihr Kampfstil ist sehr durchdacht, ihre Persönlichkeit genauestens festgelegt. Rubedo, also Nigredos jüngste Schwester, ist ein absolutes Novum in Macht und Kraft. Sie alleine ist einzigartig, auch wenn es relativ wenig Infos zu ihr gibt. Und Nigredo. Tja, sie wird wahrscheinlich genau wie Albedo eine Riesenbeschreibung haben, doch bei ihr geht es ein bisschen mehr um eine von Tabulas Hauptinteressen. Er liebte Horrorgames und Gap Maui, beziehungsweise das Konzept davon. Das ist, wenn etwas oder jemand im Gegenteil zu ihrem Auftreten handelt. Also ein kleines, süßes Mädchen, das mit einer einzigen Fingerbewegung jeden umbringen könnte. Es fällt genau in das Schimmer. Nigredo ist eine Frau des Horrors. Ihr fehlt Gesichtshaut, ihre Gestik hinterlässt einen Schatten in der Stimmung und sie trägt stets diese weirde Schere mit sich, keine Ahnung. Allerdings ist Nigredo freundlicher und hilfsbereiter als Sebastian. Ihr Karma ist höchstwahrscheinlich im oberen Bereich ab 200. Aber was weiß ich schon. Sie ist streng dagegen, Menschen grundlos Schaden zuzufügen. Insbesondere Kinder liegen ihr sehr am Herzen. Babys sind ihr absoluter Schwachpunkt. Wenn du sie dazu irgendwie überzeugen willst, irgendwas zu tun, komm irgendwas mit einem Baby. Lustig ist aber, dass ihr Mutterinstinkt, nenne ich's mal so, sofort verpufft, sobald ein Baby älter als zwei Jahre alt ist. Sie würde es zwar nicht ohne triftigen Grund töten oder sowas, aber aktiv beschützen mit ihrem Leben wäre dann weniger eine Option. Diese Sympathie gegenüber den Menschen führte letztlich dazu, dass sie zusammen mit Pestonia die in Staffel 2 gefangen genommenen Menschen befreien wollten. Das hat selbstverständlich nicht geklappt und sie wurden auch dafür gefangen genommen. Albedo schlug sogar die Todesstrafe vor, aber eins hat selbstverständlich abgelehnt. Doch letzten Endes wurden beide wieder befreit und sollten sich um das Waisenheim im Hexerkönigreich kümmern. Das alles heißt natürlich nicht, dass sie Nasrik gegenüber illoyal sind. Im Gegenteil. Sie sind der Meinung, dass es dem Ansehen der Höchsten schadet und, mal ganz im Ernst, sie haben keiner recht, I guess. Aber der Großteil aus Nasrik ist eben gegen und nicht für die Menschen. Und das ist der springende Punkt. Negredos Fähigkeiten sind genau wie ihre Persönlichkeit. Man denkt zwar, sie wäre ein Nahkämpfer wegen der Schere und so, aber nö. Als etwa Stufe 90 Magic Caster ist sie beinahe vollkommen auf Spionage und Informationsmagie fokussiert. Sie kann problemlos herausfinden, wo jemand ist, kann ein magisches Bild projizieren, so projektormäßig, und Gegenmaßnahmen ergreifen, dass man selbst nicht ausspioniert werden kann. Sie ist ein speziell auf dieses eine Gebiet ausgelegter NPC. Es ist ihre einzige Rolle im Leben, kann man eigentlich schon so sagen, ja. Sollte es aber doch dazu kommen, dass sie kämpfen muss, hat sie eben ihre Schere. Im Anime ist das Ding groß wie ein Schwert und wird wahrscheinlich auch genauso verwendet werden. In der Novel ist diese aber normal groß und wird gehalten wie ein Messer. Ob sie irgendwelche tragende Nahkampfklassen dafür bekam, bleibt übrigens unbekannt. Welche Rasse, Klassen und Stats? Leider ebenfalls. Mich interessiert wirklich, was sie für eine Rasse hat. Ich denke mal irgendeine Horrorgestalt, sowas wie aus HP Lovecraft mäßiges, kennen wir ja schon ein paar Rassen davon, wie Solution oder so. Oder vielleicht auch ein Dämon wie Albedo, aber wir wissen es ja nicht. Und abgesehen davon zu sagen, dass sie eine Körpergröße von 1,70 Meter hat, kann ich eigentlich nichts mehr über sie sagen. Gritter Smash.